hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dungeon siege 1 es geht weiter wir haben ja einen kleinen dungeon gefunden den wir abseits des hauptweges mal eben mitnehmen werden und der sieht ziemlich dunkel aus okay ich lasse dich automatisch angreifen du machst das schon und unser nachkampf ist schon wieder gut ein ein viertel aufgestuft das ding verbessert und verbessert sich unentwegt sagt dann noch ein stoßschwert ich bin natürlich immer alle erhaltens vorher erst mal an bevor ich sie meinem es hier gebe ich habe gerade auch gesehen dass ich irgendwelche handschuhe eingepackt hatte ich mag es nicht wenn wir zauber fernkämpfer haben mal leider gibt es nicht so was wenn du angegriffen wirst dass ich dann auch noch was erhöht so was wie in morrowind dass man rüstung trainiert wenn man angegriffen wird so was kann ich ja auch cool dass die rüstungsklasse besser wäre so werden würde wir kommen von einem gehender zum nächsten ergreift jetzt meinen hier an ich habe noch ein frost oder andere gar nicht gesehen scheinbar oder war das interessiert haben wir verloren ist okay ein spalter der hat man ganz am anfang gehabt und wie 14 bis 17 der mitsch oder so jetzt nicht so schön da geht es auch noch lang da haben wir auch noch einen geht es auch noch weiter nachdem man das wahrscheinlich alles in dieselbe jetzt sind dieselbe höhle und in diesem raum enden jetzt muss ein halter nutz schlagen lederstiefel das ist echt nicht geil bei braun kriegen wir immer was dazu etwas abgezogen so ich würde gerne erstmal hier gibt es auch wieder ich habe gerade an geschicklichkeit dazu gewohnt dadurch auch wieder etwas maler bekommen sehr schön ich weiß gar nicht ob ich nutzen kann ob ich ein endlos nutzen kann und todesbogen natürlich kriege ich wieder einen bogen in lila warum nicht so ein rotz ich sagte die enden alle in dasselbe dann lass uns mal ganz kurz hier abchecken was hier noch gibt ein hammer ich kriege echt nur items die nicht für mich sind das ist so typisch in hackenslays nur mal etwas bekommt die man eigentlich selber nicht braucht ein gewand da wirst du habe ich auch schon ewig nicht mehr kunde gute auch schon ewigkeiten hier sagt ihr wird wahrscheinlich alles ins selbe enden wege hier haben wir wieder gehen also wahrscheinlich auf der anderen seite aber da hat man noch eine mitte gehabt oder oder war das das gewesen ist kann so gewesen dass das gewesen ist mit einer eisgutem direkter vorstand aber dass wir so viel schaden machen das zu kraft guter man zu every todes bogen oder ist der besser eine nahkampffähigkeit fähigkeit wo das aber wirklich gut rüstungswert gesundheitspunkte rüstungswert gesetzpunkte und fügt maler und das ist einfach ein deutlich besser ein neuartiger todesbogen ein strahlender todesbogen damit dadurch meine meine kampffertigkeit verbessern nehmen wir den auf jeden fall mit 21 21 punkte in nahkampf ich gehe davon aus wir treffen die leute dann immer besser das ist einfach meine erklärung dafür dass nämlich sonst nicht wofür dieser punkt da ist so gucken wir wieder in die ganzen wege hier aber natürlich nichts verpassen keine höhle kein gegner jeder erfahrungspunkt ist unique einzigartig gut dass ich von die augen gucke ich würde sonst hier echt nicht durchsehen das ist ein weg abseits du siehst natürlich aber auch dass der nachteil keine kisten auf der mini web aber das riskiere ich das meiste ist da eh nichts gutes drin ich jetzt 250 gold mehr oder weniger hätte wäre ziemlich egal das ist echt egal mit mich ein weg abseits entlang abseits des hauptweges ich hätte ganz gerne ich glaube sowas gibt es ja aber nicht lifestyle ist auch ein kleiner wolf gleich wieder als jedes mal wenn ich angreifen dass ich leben zurück bekomme ich glaube sowas gibt es in dem spiel noch nicht wind der heilung den kann ich aber nutzen das war das was ich habe an stärke war das ist wieder zwei schaden mehr 69 bis 89 was einem der mit ja aber alle noch eine gute rüstungsklasse scheinbar die brack zauberer mein esel wird noch angegriffen wo denn erstmal eben von leben da steht einfach mal ein wolf im baum drin im baum da war noch eine säure wolke sondern lassen sie mal ganz kurz den weg hier abschneiden und kurz zurücklaufen ob wir alles mitgenommen haben so viel ist es ja nicht und wir haben auf jeden fall gleich wieder ein level up level up level up level 22 wir haben schon 23 stärke und wenn wir gleich wieder die zauberer sehen yo ihr seid reudig ich glaube die magier machen das deutlich mehr schaden aktuell wir werden es erstmal ganz kurz die nehmen weil die greift noch mehrfach an seht ihr das aber die haben da ziemlich viele eissplitter die sie da werfen bisschen kämen wir erstmal die nehmen auch gar nicht ganz so viel schaden mehr gold 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 und so viele tränke finde ich auch gerade gar nicht weil das ist gar nicht so viele tränke kriege interessant auf jeden fall wir haben natürlich noch ziemlich viele übrig wobei wir mittlerweile über einen kompletten trank trinken wenn wir unsere lebenspunkte einmal komplett heilen ist ja wahnsinn dafür nicht dass es notwendig ist und war noch mal die stadt zurück zu gehen wir treten dummerweise niemals alleine auf die drecksviecher und zur not haben wir ja eine wunderbare selbstheilung unglaublich stark ist so ich gehe dir davon aus da geht es lang oder ist aber ganz kurz hier zu denen alles brack zauberer dein ernst ein furrock schlitzer noch der macht zu viel damage und einer voll heilung bitte durch level up aber noch nicht ganz da fehlt noch ein bisschen was das sieht mal so einfach aus also so schnell auf dem porträt da oben aber ist es nicht so stoßschwert gelten immer mit wie gesagt keine heiltregierende wahnsinn die droppe nichts vielleicht aber auch erst im dungeon es kann auch sein dass außerhalb des dungeons wenn es die droppe nicht zu hoch ist wenn man hier jederzeit aus dem dungeon heraus ist schwierig hier gibt es zum beispiel auch keine wegpunkte das wollte ich damals schon mal sagen in diesem spiel gibt es keine wegpunkte du kommst also in die stadt nur zurück solltest du wirklich den kompletten weg zurücklaufen das ist total krass dass man sich das damals so dass man das damals so gemacht hat dass man sich das damals gewagt hat okay das ist nicht mehr relevant weil eigentlich brauchst du da musst du da keine quest mehr abgeben wenn du alles richtig gemacht hast also wirst du da auch nicht mehr hinkommen in die stadt nicht mehr ohne weiteres total interessant wir müssen nicht bei einer höhle sein oder aber wir machen den abgrund der wird dir gar nicht richtig angezeigt ich sehe gar nichts mehr und level 2 fehlt noch ein bisschen was der nächste attack ist es dann oder der nächste balken und level 22 Stufe 19 nahkampf erreicht schön dass ich sie vorher auch schon nicht gesehen habe und jetzt noch weniger oh nice wirklich gut immer two hits und wir treffen mit jedem einzelnen hit hit haben wir getroffen deswegen diese ansicht ist so was von wichtig zumindest für mich ich weiß nicht, geht es da noch lang ja da haben wir noch einen Furockschlitzer und eine kleine kiste leider mit null inhalt sehr bedauerlich und sie vernischt oder nischt sieht man hier die eiskriege oder ist die höhle das sind die eiskriege aus der höhle sie sind schon uns entgegen gekommen und das ist die eiskriege guten tag mit einem eisschwert das tatsächlich sogar besser sein könnte als unsere waffe hört ihr das klingeln? herrlich 40 bis 48 ok wenn sie in die taune treten das ding ist da nicht die hülle? da ist die hülle wir kriegen ziemlich viele malertränke faszinierenderweise warum auch immer aber kaum gesundheitstränke und ich weiß nicht ob die gesundheitstränke werden sie nicht gleich eingefüllt sag mal schon ob wir auch wieder so ein platzproblem von items bekommen werden werden erst einmal die ganzen kram wieder zu ihm bringen viel spaß pferdchen oder eselchen mit einem stärkepunkt hinzu aber außenpunkte finde ich auch wichtig ok so dann lass uns doch so am vierten speichern wir haben jetzt schon eine spielzeit von sechs stunden zehn wir haben bei neun stunden siebzehn sind wir am ende der höhle ach ne ein bisschen weiter noch gewesen ist ok ok dann lasst uns hinein in diese wunderschöne höhle gehen ach so waren die krieger davor gewesen ok die haben das verteidigt so eine eisfliege noch sind es noch sind es fernkämpfer außer der hässliche brack zauberer da hinten da sind noch mehr brack zauberer knapp die restlichen gucken mich aber nicht an das ist ok wir haben ja irgendwo so ein nest der eisfliegen das kann man kaputt machen oder es zerstört sich selbst nach einer gewissen anzahl an eisfliegen die es gespawnt hat die zum geier konnte ich das als magier schaffen wenn ich etwas irritiert gerade mehr keinen trank rein ziehen normaler träge brauche ich nicht schlagene lederhandschuhe zieht ein geschicktes punkt abfügt ein stärke punkt hinzu das würde ich aber gar nicht haben erstmal in dieser höhle geht es los leute denn was unser hp also drei bis vier pro sekunde ist okay da sind die eishöhlen da wo die dinge rauskommen ist auch noch eine theoretisch könnte man das machen aber auch jetzt hat sich selbst gestört man könnte sie rauskommen lassen würde man erfahrung kriegen aber unser hp tatsächlich ein großes problem sind würde ich versuchen das zu vermeiden dass so viele rauskommen brack zauberer ich werde ich vermeiden dass wir irgendwann die stadt zurücklaufen müssen bei 8 oder 5 13 5200 leben was das zehn komplett heilungen vielleicht mich doch ein bisschen besser entdecken müssen aber wenn wir rauskriegen gut oder zu schlecht sind das mag ist natürlich gut dass du einfach dass du einfach im prinzip normaler tränke brauchst würde einfach ein haie zauber hast hätte ich theoretisch das hätte ich mir mitnehmen soll nicht trottel oder ach kacke ich hab mir gerade ein warum habe ich den heilen der hände nicht dabei das was man am anfang bekommen hat der zauber ich kann ihn doch nutzen aber da würde ich natürlich naturzauber kriegen wobei das auch egal ist ich kann es ja mitnehmen naturzauber ist ja nichts was mir die gegner dann geben würden da bin ich auch ein trottel dann lass das beim nächsten händler auf jeden fall machen sollten wir in die stadt zurückkehren beziehungsweise macht die arter schon sollten wir uns auf jeden fall heilende hände mit einem älter gut ich muss einfach mal 1000 leben heilen 1500 bei zehn gegnern ich habe sowas von zu wenig verkehrt man ich musste aber fünf heiltränke trinken 2000 leben ja ja genau wir werden auf jeden fall einmal zwischendurch zurücklaufen müssen glaube ich wenn sich das so wenn sich das so weiterentwickeln wir lassen sie mal das ist sonst wir brauchen die erfahrung weil ich weiß nicht ob die erfahrung dann besser ist weil das ding jetzt zerstört wird die eis höhle und keine fernkämpfe ost mit ich bin gerade mal am anfang habe aber schon so viele heiltränke geschlupft ist ja wahnsinn wie sie einfach um mich zukommen lol wie sie einfach meinen arsch riechen wollen ihn aber wir kriegen gute gute stats auf jeden fall da müssen wir einmal zurücklaufen ist jetzt nicht so nicht so weit gewesen der weg kommt noch an wie weit wir in die höhle erstmal vordringen sonst wieder frost archer da sind sie auch wieder und da schön ein eismagier gute wenn wir die eismagier killen sollte der die beschworene einheit auch tatsächlich nicht die beschworene eisbogenschütze verschwindet nicht wenn wir den caster killen ich bin dafür dass die gesundheitstränke dass sie wieder so droppen wie in der mine aber das machen sie komischerweise nicht mehr macht doch nichts wie gesagt zur not laufen wir zurück und wenn die heilende hände werden auf jeden fall in der hände mit dem das ist definitiv klar warum ich dann nicht früher auf die idee kommen frage mich auch das einfach eine super idee ist alter holi ich brauche gerne heiltrink ich brauche maler trinken und das maler fühlt sich so wie sie die ganze zeit wieder auf und ich nutze es ja gar nicht dass ich trotzdem das nicht gemacht habe verstehe ich gar nicht aber ich bin zeitnah ich weiß euch sagt die höhle groß muss ich gestehen ich habe daran nicht wenn nicht viele erinnerungen ich weiß auch wenn wir nur dass ich ewigkeiten mit dem marke gebraucht habe aber das heißt ja nichts dass sie groß durch den aller damit die machen das sind viele gene klingen 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 das klingt so toll warum muss man glas ein echt zersplitter und einfach dungeon tg1 spielen easy going sehr schön aber ein trüchen oh gott hast du mich gerade erschrocken ich wollte gerade erwähnen dass sie aus den eisdingern rauskommen können hätte aber nicht gedacht dass ich noch nicht in der range gewesen bin von den dingern na aus den ganzen dingern könnten theoretisch auch gegner spawnen auch danke für diesen ganzen tollen items 25 bis 47 tut mein lieb freund ich würde sagen wir haben wobei wir haben gleich ein level ab das ist okay wir kämpfen noch bis wir wenig leben haben wenn nämlich gleich ein level abhaben da ist es ich hatte ich würde ganz gern partner machen wenn ich meine haare regenerieren muss was damit man das schön kombinieren kann paar minuten aber die klappe zu halten aber dafür müssen wir es noch ein paar gina killen da kommt wieder einer raus und hier kommen wir das ist sogar eine eishöhle wo die fliegen rauskommen aber ich habe schon noch nicht getriggert da haben wir einen frost krieger ein frost wer ist ein eiskrieger sondern ein frost träger sehr cool ja genau ok ich kämpfe gegen die nice frost krieger zeigen was du drauf hast ding 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 ein eis schwert leider nicht so geil ein frost schwert war vielleicht cooler gewesen vielleicht wäre das was anderes gewesen aber doch haben wir super super viel leben würde naja dann machen wir doch jetzt part ende ich glaube das können wir weiter ich hätte nicht bei dem kampf brauche ich ein paar heiltränke weil das sicherlich nicht darum herum kommen da können wir ein paar kleine spinnen anlocken drei spinnen da haben wir wieder ein paar frost eis bogen schützen die bogen schützen sind eklig vor allem sind eisbogen schützen später an positionen wo du ohne bogen nicht hinkommen deswegen habe ich immer ein bogen dabei nicht aber es gibt aber ich bin der meinung ich werde die übers kippen wenn wenn wir da hinkommen lumpen alles sieht gut aus wir haben nicht gelbe hp ist ok an der stelle machen ziemlich kleine pausen meine freunde und sehen uns nächste folge wieder von dungeon siege hier in den eiskristallhöhlen auf der suche nach merik bis dahin oder tschau tschau